Herzlich Willkommen zum Let's Play jetzt kommt der nächste Spieltag gegen die Cevacho, also der Mannschaft aus Polen die beschlagen müssen und Bedaille ist der Letzter, der hat eine Kniepüttelung what the fuck wir gehen mit einer geschwächten Mannschaft rein, da Renato ausfällt gibt es die Bestes später Gespräche habe ich im Offline-Modus gemacht mit der Absolut der Vielen Dank. 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 Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.